Weihnachts, du bist ganz klein. Du siehst aus wie ein ganz kleiner Mensch neben mir. Weißt du warum? Ich habe früher meinen Dünger nie ausgetrunken. Achso. Hallo ihr süßen Puppis, ich bin eure Jessica Packer, mal wieder live aus Berlin. Und ich bin heute mit der Weihnachts-Unterwegs. Heise! Heute ist Sonntag, der 13. Januar und wir sind eingeladen von Harald Glöckler. Der macht nämlich heute eine Haute Couture Fashion Show seiner neuen Kollektion. In einer Turnhalle in Mitte auf der Fischerinsel. Genau. Und da gehen wir jetzt hin. Wir rufen uns jetzt in Uber und dann werden wir da mal hindüsen und brausen. Und ich hoffe, es gibt da ein Champürchen. Ja, so ein Säckchen wird es. Und weißt du, was das wird? Einfach top. Einfach top. Hashtag. Sag mal, Weinhaus, du schlupst ja aus deinen Schuhen immer so raus. Ja. Also ich habe mir extra für den roten Teppich heute neue Botten gekauft. Blöderweise habe ich die ohne Strumpfhose anprobiert und mit Strumpfhose schlappe ich jetzt hinten raus. Und da hast du was gemacht? Ich habe sie mit Zahnseide fertig gebunden. Mit Zahnseide. Und es ist ja was fürs genaue Auge. Also wenn man über den roten Teppich latscht, sieht es kein Schwein. Man muss sich schon vor mich auf den Boden knien, vor mir. Und dann kann man die Zahnseide erahnen. Also ein Tipp für alle Transen. Danke, Weinhaus. Wir sind jetzt hier am Märkischen Ufer. Das ist in Mitte. Die Weinhaus ist schon wieder vorgerannt. Ich kann nicht so schnell, weil ich nämlich nur noch auf Nägeln laufe. Guten Tag. Weinhaus, warte doch mal. Ist das hier? Ist dir kalt? Ja. Ist dir kalt? Ja, das sind Menschen. Ihr seht's am Busen. Das sind Menschen. Oh, hier ist auch schön. Ja. Ach, sie stehen auch an. Sie stehen zur Gästeliste an. Dann stellen wir uns mal dahinter. Weinhaus? Einfurt top. Wer dringt sich gerade jetzt vordringen in der Insel? Ja, das ist gut offen. Wer dringt sich vor? Die Kader. Kader? Ja, die Kader Norden. Wo ist denn Kader Norden? Da ist Kader Norden. Ne? Nein. Ne, ist nicht. Ist wirklich Kader Norden? Ja, wirklich. Grüß dich. Hallo. Check your wine. Ach, schau an. Schau an. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja. Kader, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Ist er aufgeregt wieder schon? Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Ja, weil es immer so opulent ist. Ja? Bitte? Das dritte Mal tatsächlich. Das dritte Mal schon? Schau an. Na ja, gut. Wir werden schon bei ihm sehr witzig, schrill und so. Ja. Schrill ist ja richtig aus. Du wohnst schritten, nur wenn ich mich drauf setze. Schrill ist ja richtig aus. Du wohnst große Räume entdeckt. Ja. Aber zuhause, dann wird ihm noch die Tür mit passen. Ach guck mal, da stehen noch Menschen draußen. Die wollen auch rein. Ach, jetzt hast du dich doch vorgedrängelt, oder was? Nein. Alter. Hallo. 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 Sie sind fast geflogen. Ja. Hallo. Ja. Gibt's jetzt jemanden weg? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Passt mal auf. Meine gute Freundin Annemarie Alfred ist heute da. Guck mal da. Hi. Hi. Und die ist einfach top. Außerdem sind heute auch ganz viele andere Menschen da. Gisela Mut ist auch wieder da. Die hab ich schon vorgestern gesehen. Ich zeig euch die mal. Die unterhält sich ja mal gerade. Ja, ja. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Da ist der Mann. Ja. Ich wollte gar nicht stören. Ich wollte gar nicht stören. Macht weiter. Warte mal. Und dann ist doch noch... Ja, ja. Und dann der Kader Lot. Kader Lot ist ja heute wieder ganz klein. Sag mal Kader, wie klein bist du eigentlich? Du bist wahnsinnig klein heute für mich. Ich bin 1,60 groß. Aber mein Gott. Napoleon war auch 1,50. Nee, der war sogar auch 1,60. Die wächtigsten Menschen sind immer 1,60. Das stimmt. Du bist viel zu groß. Ich bin viel zu groß. Dafür ist mein Ego klein. Das ist ja immer was anderes. Schön. Aber du siehst sehr schön aus. Ist das dein Mann eigentlich? Ja. Wir wissen du eigentlich. Hallo. Ich bin der Ismet. Wie heißt du? Ismet. Ich glaub ich hab euch schon mal zusammen im Fernsehen gesehen. Kann das sein? Ja. Und ihr bumst auch. Und ihr bumst auch. Ja? Nein. Inzwischen nicht mehr. Inzwischen nicht mehr. Ich geh mal weg. Ja. Ich hab nur gesagt, dass sie bumsen. So. Ich habe heute meine Mondrian Tasche mit dabei. Und jetzt versuche ich aufzustehen. Kleinen Moment. So. Ja. Das Treppenhaus ist auch einfach top. Einfach top. Ja. Du Annemarie. Weißt du was das Treppenhaus ist? Einfach top. Oh. Oh. Der ist um die Ecke. Wie im Bergheim. Nur in Hill. Und wo ist denn um die Ecke? Da hinten? Wo die Kamera ist. Da wo die Kamera ist. Ich film da mal hin. Da ist das Klo? Nein. Da ist der Harald. Der macht wahrscheinlich gerade ein Interview. Ach guck mal. Aber man sieht ihn da. Nee. Da sieht ihn hier einfach nicht. Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. So. Wo sind jetzt unsere Namen? Weihnachts suchst du mal unsere Namen? Ja. Oh. Hier sind überall so Stühle. Wir sitzen überall. Wir sitzen überall. Wir sitzen überall. Die suchen jetzt auch unsere Namen. Hm. Ich hab meine Brille nicht an. Ich glaube wir sitzen nirgendwo. Ja. Sind da auch noch Stühle? Ja. Hier ist ein Pferd. Zur Not sitzen wir auf dem Pferd. Ja. Aber da sind noch mehr Stühle. Aber da sind noch mehr Stühle. Sehr viele Menschen. Sehr viele Menschen. Entschuldigung. Wo sitzen wir jetzt? Ich möchte auch interviewt werden davon. Ja. Jamila. Das ist Wahnsinn mit dem Pferd. Du bist ja immer größer. Du bist ja immer größer. Du bist auch immer größer. Hallo Mensch. Hab lange nicht gesehen. Hallo. Wie sieht sie so aus? Happy New Year. Happy New Year. Die. Bombe. Aber eins in eins liegen überall. Ja. Aber du hast doch neue Lippen oder? Ja. Wolltest du das sagen? Ja. Lippen, Kinn, Bank. Kinn auch? Ja. Das sieht gut aus, ne? Du bist immer jünger. Ja. Immer jünger. Für 51. Hallo? Du bist 51? Man sieht ja kein Jahr an, Jamila. Weil ich hier gut im Spritzen bin. Ja. Ja, gerne. Ja. Ich bin immer so groß, Jamila. Immer. Immer. Vielleicht bist du heute kleiner als sonst. Du schrumpfst langsam. Du hast meinen Platz gefunden. Du hast meinen Platz gefunden? Ja. Wo ist denn unser Platz, Weinhaus? Da. Oh. So, setzen wir uns jetzt hin. Es ist wahnsinnig warm und voll hier. So, das tut mir sehr leid, dass ich jetzt vor euch sitze. Es tut mir wirklich leid, dass ich vor euch sitze. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht würde ich ja fragen, ob es so Kindersitzkissen im Kino gibt, dass sie höher sitzen und mehr sehen. Meinst du nicht? Also. Ich muss auf jeden Fall erstmal diese Jacke ausziehen. Mir ist sowas von warm. Nimm mal meine Mondrian-Tasche rein. Warte, 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 warte. Da gucken wir mal. Ich guck mal ja. Kennst du das, wenn du die Jacke nicht ausziehen kannst, weil du so geschwitzt bist, dass alles klebt? Das ist ja der Haftschweiß. Der Haftschweiß. Ich hab sehr oft Haftschweiß. Kennt ihr Haftschweiß? Ja. Im Sommer gern mit Unterwäsche, wenn sich dann die Schlüpfer am Bein nach unten so aufrollt. Jetzt kann aber die Show auch mal anfangen, finde ich. Ja, jetzt schon. Sind du neben mir? Habt ihr gern Platz getauscht? Nein, ich sitz wirklich hier. Tatsächlich? Das ist ja toll. Als oft Harald wusste, dass wir uns mögen. Ja. Ich setz mich vor die Sabine, genau. Wo sitzt denn du, Rolf? Hallo. Ja, hi. Okay. Jamila Rove hat nämlich neue Lippen, neues Kinn und neue Wangen. Weil die Arbeit ist einfach ökonomisch. Wollen wir mal schauen, was im Goodiebag drin ist? Ja, gern. Zeig mal, was im Goodiebag drin ist. Also wir haben hier ein Säckchen. Oh. Das sieht aber sehr hochwertig aus. Krieg's nicht auf. Ah, hier. Oh, da kann man Kokain drauf nehmen. So, warte, wir gucken mal, was noch so drin ist. Ja, ist noch was drin. Guck mal, dann machen wir hier noch Ruf. Wie, das war neulich bei Werder Stöckel. Vor zwei Tagen gab's die auch schon. Echt? Widerlich. Da ist auch nochmal Harald drin. Überraschung? Überraschung, ja. Beinhaus, ich bin nicht begeistert vom Goodiebag. Nee, aber wenn du ordentlich schüttelst, kommt vielleicht ein opulentes Kleid raus. Was will denn der hier eigentlich? Guck mal, der filmt die ganze Zeit. Für was findest du denn? Für YouTube. Ah ja. Hallo. Und ihr, von wo seid ihr? Der Ufa. Ufa? Ja, wir arbeiten zusammen mit Martin. Ah ja. Produziert ihr was mit dem, oder was? Nein. Weiß man noch nicht. Will man noch nicht drüber sprechen. Ja. Magst du, Magst du, Magst du, Magst du, Magst du, Magst du? Bitte was? Magst du, Magst du, Magst du, Magst du? Ja, natürlich gerne. Ja, klar. Natürlich. Was soll ich denn sagen? Was erwartest du von heute Abend? Was ich von heute Abend erwarte? Erfahrungsgemäß sehr stark pompöse Kleider. Ja. Viel, viel kommt und glitzert. Rüchen. Es geht gleich los. 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 Immer diese blöden Fragen, die keiner beantworten kann. Yvonne Wölke. Hallo. Oh. Ja, ihr Lieben. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, Harald Löckler auf Wren Exzentris steht, auf Pompöse steht, auf alles steht. Ja. Und, äh... Vor allem auf Travestien. Travestien macht Belieb. Travestien macht Belieb. Travestien macht Belieb. Wir werden einen wunderschönen Abend. Und, äh, ja, Harald kann langsam kommen, ne? Ja. Oder? Ja, natürlich. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Heute haben wir ihn vorbei. Es wird richtig kochen. Super. So, jetzt reicht's aber heute. Ich hab zu viel Kleid. Oh, ja. Also, Jamila ist komplett generalüberholt. Ja, aber auch bei Kada hast du den eingehlt. Der Kada hat eine Perücke auf heute. Echt? Ja. So, die Weihnachten legen wieder Sachen auf mir ab. Ja, du bist einfach so breit, da hast du viel drauf. Ah, doch. Dein Blütes im Rollen. Ja. Salonqualität. Ja. Das ist, meine Damen und Herren, Unwischgeschlechter, Salonqualität hier auch. Und, bei verantwortet, Salonqualität. Ist die einzige Frau mit echten Haaren hier heute Abend. Ich filme jetzt Yvonne Wilke in den Ausschnitt. Kleinen Moment. Schönen Moment. Aaaaah. Echt? 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 Untertitelung. BR 2018